Hallo und guten Tag hat er gesagt, nachdem wir den Grabwächter ordentlich hier mit links, rechts, Uppercut total erstmal gezeigt haben, dass wir Angst haben, äh, ja, geht's ja weiter, ich bin mal gespannt, wir müssen ja jetzt hier irgendwie die Tore öffnen können, ah ja, ok. Supplemental, still alone and waiting, if anyone finds this recording, please listen carefully, I understand it all now, we set it free, it's what we did at the Pyramid, will it happen to me too, when I die? Ja, ihr habt's verfuscht, ich muss mal kurz mal Kaffee holen, ne, ich hab den nämlich da hinten stehen lassen, deswegen, äh, 3 Sekunden. Okay, war ein bisschen mehr Sekunden, aber ich hab den da drüben, jetzt da hinten steht der Laptop, weißt du, womit ich immer hochlade, und da halt jetzt stehen lassen. Ey, wenn jetzt hier nicht die beschissene, ja, endlich, man, richtig, die will ich haben. Gasmaske, ich will die bauen. Yeah, ja, man. Geiler Tubuk. So, und was war hier hinten nochmal? Die Brücke, sind wir da nicht rüber? Affenfelsen? Was war da nochmal? Da konnten wir doch gar nichts machen, oder irgendwie so, ne? Also das hat mal, ich will da nochmal hin. Wir dachten eigentlich, hier können wir was machen. Aber irgendwie konnten wir hier nichts machen. Oh, jetzt stehst du Tatsache im Weg, ey. Ich würde voll leer hören. Ne, war hier. Ne, wir konnten hier nichts machen, ne? Aber ich glaube auch mit denen hier. Schaden auf 90, okay, wenn wir 90er Schaden haben, müssen wir da irgendwann mal wieder zurück. Weil ich glaube, da ist da drunter nämlich noch was. Ich habe den Morin, ich spüre sowas. So, wir wollen als erstes die Gasmaske dann natürlich auch herstellen. Das heißt, hier dann zum Lagerfeuer. Jetzt komm, Lager mal ein. Und dann geht's hier runter. Und dann können wir uns ganz was Neuem widmen. So. Zum Beispiel der Gebiet, ne? So, Gasmaske. Wo haben wir die? Da. Gasmaske sondert. Schaden abblocken. Ja, das kommt. Ja, Stellung. Können wir die auch noch verbessern? Oder ist die denn schon geil? Okay. Die ist dann einfach geil? Okay, die ist einfach geil. Gut. Wenn die einfach geil ist, dann ist sie gut, ne? So. Und wir kommen von hier nach da. Wir kommen aber hier nicht nach Norden weg, ne? Äh. Weiß nicht, wie es hier aussieht. Ne, sieht nicht so aus, ob könnten wir nach Norden weg. Da könnten wir dann rüber. Oder anders. Sprich, auf Deutsch. Wir könnten jetzt hier noch so hin. Und dann irgendwie hier so nach oben kommen. Da ist ein Terminal. Ja. Und von so... Wo sind wir eigentlich in die runtergekommen? Sind doch hier damals? Von hier. Ja, und hier... Und hier ist gasig. Stimmt, das hier ist... Gasig. Das ist überall gasig, ne? Weiß ich nicht. Hier sieht so... Ups. So, ups. Sie sieht überall immer gasig aus. Ja, heute sind Wolken, glaube ich, ne? Gut. Ja, dann wollen wir da mal hin machen. Das heißt, hier unten müssen wir bleiben, ne? Ich hab's mir jetzt gar nicht angeguckt. Ja, eigentlich die ganze Zeit geradeaus fast schon mehr. Oder weniger. Ja, dann laden wir da mal hin. Weil da nach oben, und dann muss ja da irgendwie sowas sein, ne? Dann müssen wir ja irgendwas da leben. Oder keine Ahnung. Wir haben natürlich die ganzen, äh... Anderen Quests noch. Aber die sind natürlich irgendwo... Was hier für eine Quelle? Achso, hier mit der... Mit der Lok. Da bin ich auch noch nicht so richtig. Ich denke mal, wir müssen erstmal hier so rein. Und dann könnten wir dann sagen, was da mit der Lok ist, ne? Wenn überhaupt. Irgendwie so ist da der Masterplan, ne? Okay. Ich nehme mal wieder... Den hier. An mich. Okay. Ja, gefischt haben wir ja schon. Wollte ich dir sagen, lass uns mal eine Runde fischen. Aber brauchen wir ja gar nicht mehr. Weil ich festhänge. Oh, ich hänge überall fest. So, und wenn wir beim Tempel sind, jetzt muss ja langsam mal hier so der Tempel kommen, oder nicht? Ja, pennst du, oder wat? Ne, da kommen wir nicht. Also jetzt müssen wir... Wie müssen wir da hin? Oh, ne, da muss ich ganz außen rumlassen. Ach, Mann, ey. Manchmal, äh... Ist das echt beschissen, ne? Ich bin mal gespannt, wie das ist mit der Gasmaske. Das ist bestimmt einfach nur, man setzt sich auf und dann verschwindet so gesehen das Gas. Okay, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, weil wie würdest du das jetzt machen? Ich kann ja da nicht durch den grünen Schleier die ganze Zeit, weil den Sega ja kein Zombie mehr. Oder nichtmenschliche Wesen, wie auch immer. Also das können sie ja eigentlich von der Warte aus gar nicht machen. So, wir sind vorbeigegangen. Hier ist natürlich noch eine Kiste, aber die interessiert mich jetzt weniger. Ich weiß nicht, ob ich am Ende, ob wir mal alle Kisten denn machen wollen, bevor wir hier den letztendlich abhauen. Aber eigentlich war dieses Projekt auch nicht so als, äh, wir brauchen 500 Jahre dafür Projekt gedacht. Eigentlich nicht, ne? Das ist eher so ein kleineres Projekt gewesen, was ich so anvisiert habe, dass das so ein großes Spiel und so viel Spaß macht, ne? Das habe ich selber gar nicht gewusst. Aber sei's drum, ne? Ist ja jetzt nicht schlimm. So, hier würden wir wieder zurückkommen. Da hatten wir ja die Gruff gemacht. Das heißt, wir gehen jetzt wirklich hier so lang. Und jetzt kommen natürlich auch wieder, oder könnten, nö, hier ist alles schon tot, ne? Aber hier könnten jetzt beide auch neue Feinde kommen, die wir natürlich, äh, mit, mit einer freundlichen Axt begrüßen könnten oder wollen. Ne? Irgendwie sowas in der Art und Weise. Wäre eigentlich ganz cool. Und, ähm, naja. Jetzt hat Frauchen mir geschrieben, jetzt muss ich nochmal gucken, was das ist. Hä? Wir brauchen eine Sprachnachricht. Na mal, Schatz, das ist Nudelsalat. Wir hatten von Rosmarinkartoffeln geredet. Oder wie kommst du auf Nudelsalat? Hä? Mal so ein bisschen privat kurz mal. Die ist einkaufen. Und ich weiß nicht, was die, ich weiß nicht, wie die, was die von Nudelsalat möchte. Aber naja. Oh nein! Ah, ich hab's geahnt. Und das letzte Lagerfeuer ist im Arsch der Welt. Ah, scheiß Privatleben. Nö, wa? Ich muss jetzt alles da nochmal hinlatschen. Ah, Schatzel. Mann, warum bin ich dann hier ans Lagerfeuer gegangen? Also ich möchte jetzt meine Frau nicht die Schuld geben. Die kann dafür nicht sehen, privat. Aber... Das lenkt so ein wenig ab. Weil du bei Kaufland in Berlin immer Currysalat suchst. Weil du bei Kaufland in Berlin immer nach Currysalat suchst, oder nicht? Ja, Schatz. Du bist live in der Aufnahme gerade. Also nicht live, aber in der Aufnahme. Aber Currysalat ist was anderes wie ein Nudelsalat. Zwinker, zwinker. Versteht ihr das? Es gibt so... Ihr kennt doch Fleischsalat, ne? Die ist mit der weißen Soße und dann ist da so Jagdwurststreifen drinne und so weiter und so fort. Und das Ganze gibt's auch als Currysalat. Ne? Keine weiße Soße, sondern eine Currysoße. Und diese Currysoße, die ist... Ja, lecker. Einfach nur... Ja, das ist eben lecker. Das ist eben so das Gleiche. Und jetzt hat Frauchen... einen Nudelsalat gefunden. Mit Curry. Aber das ist ja kein Currysalat. Das ist... Ein Nudelsalat ist ein Nudelsalat. Wo ein bisschen Curry drinne ist. Aber ich suche ja einen Currysalat. Naja. Okay. Lassen wir das Ganze so stehen. Hier muss ich jetzt so unten drunter... Mann, das... Okay, schreibt sie einfach nur. Okay. Oh, siehste? Aber manches hat echt was Gutes, weil dann findet man hier ohne Manei. Und egal, was für ein Spiel ich spiele, ich habe das Gefühl, dass ich immer keine Eier habe. Und Eier brauche. Weil auf 7 Days, ne? Und ich da übrigens auf Eiersuche bin oder nicht. Das ist echt immer... Eine heftige Angelegenheit. So, nach oben. Aber diesmal werden wir nicht sterben. Aber ich hasse diese Viecher, ne? So, und jetzt hat die das mit dem Handy. Ich werde das Handy auch jetzt hier... Ich werde das wegmachen, ne? Ich werde das einfach jetzt wegmachen und auf Nimmerwiedersehen, ne? Das geht so nicht. Ich darf mich nicht so ablenken lassen, weil... Wenn ich jetzt dreimal diesen Weg laufe... Denn es ist selbst für mich das ein bisschen ätzend. Ein bisschen. Aber wir sind diesmal schlauer. Guck mal, wir gehen hier ran. Haha. Wieder was geleert. Ja, und... So. Cool. Hätte ich davor auch machen können, aber ich habe irgendwie... Er hätte ja auch nie gedacht, dass er da einfach so sterben, ne? So. Nimm wir mal was anderes. Mal so Granätchen auf den schmeißen, den Vollidioten. Oder ist der schon down? Also meine Tasche liegt ja da noch irgendwo, ne? Mhm. 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 Nee, der Vollidiot ist down. Der Vollidiot... Ach ja, doch. Das ist ja nur Richard. Komm mal her, Richard. Ich verstecke mich. Ja, da triffst du mich nicht. Ja, und das klappt natürlich dann richtig geil, ne? Stufenanstieg 41... ...ist eine kleine Nummer, würde ich sagen, fast, ne? So. Ja, ihr interessiert mich auch nicht. Oh, der war aber jetzt ein ganz neuer Trick. Den kannte ich so auch noch nicht von Franz. Der täuscht ja links an... ...und spuckt rechts. So. So. Gut. Soll uns aber nicht trüben. Müssen wir weiter üben. Wo ist denn unser... Ach, Mann. Ist halt wieder Range-Probleme des Jahrhunderts, ey? Okay. Machen wir eigentlich alle jetzt hier? Wahrscheinlich, ne? Es gibt keine schnellere... ...also keinen schnelleren Weg, um Blätter zu machen, als diese Viecher hier zu tun. Weil man einfach richtig viel kriegt, ne? Ich würde auch mal wissen, aber dieser Transporter, der das an der Base macht, also alles, glaube ich, was wieder Nachbar ist, das hat man nur... Also, das kann man nur am Lagerfeuer tauschen, ne? Du würdest jetzt hier nicht so ein Special... ...Special... ...Dingen-Bomens-Game... ...glaub ich nicht. Das würde jetzt hier mal so hinschieben. Ich würde einfach nur mal gucken, ob das denn so ist oder nicht. So, das hätten wir hier und das können wir natürlich... Wo ist denn die Special... ...Special-Dingen-Bomens? Hm? Hier, Pfunde? Achso, das müsste ich hier... Ah, da. Ja, siehste. Aber vielleicht können wir das durch die Messer tauschen, weil die Messer ist ja eher so... Oh, nein. Naja, ich wollte schon sagen, jetzt komm mir aber nicht so nah, du blödes Arschlach. Also, ich möchte ja immer nicht rumschreien, ne? Oder irgendwie so, aber manchmal ist das schon... Oh, yeah, baby! Siehst du, seine? Wir kennen eine super alten Volke, was... ...und da ist eins auf dieser Insel gelebte... The wise elders confronted the one-armed king. You brought this on us, said the elders. You are the pestilence. The one-armed king could not convince the wise elders with his lies and deceit. Death was sentenced. Heftig. Die Geschichte des Workley, also ist egal, welche Tafel man findet, glaube ich. Ja, klingt wirklich nach einem richtig fern Prozess. Aber wenn er wirklich die Pässe ist, was würdest du machen, also? Dann niedest du ja lieber einen um, als, äh, jeden zu gefährden, ne? Ähm. Ne, aber von den Tafeln ist scheißegal, wie rum du es findest, ne? Wahrscheinlich. Äh, da wird eben das so... ...denn schon so sein, ne? Tschüssi! Es war mir eine Ehre. So, wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Also da führt zum Dings rein. Und hier führt nach... ...nirgendwo eigentlich. Aber ich würde da trotzdem gucken. Einmal hier in die Nische, weil... Ach, geh mal ein Pils. Hallöchen, Popülchen. Alter, ist der schnell. Bist du nicht sauer auf mich? Ne, wirklich mal. Jetzt bist du sauer. Kommst du nochmal? Kopfball. Guter Franz. Guter... ...da... Was ist hier hinten? Hier ist der Sorgen. Dein Todesmeer. Äh, ist der schneller geworden oder bin ich langsamer geworden? Ey, ich weiß ja nicht, ob es hier irgendwas noch hier außergewöhnlich ist. Oh, Mann, ey. Muss ich hier graben, oder? Das werden wir nächstes Mal machen, wenn wir hier langkommen. Ich würde jetzt hier da eigentlich... ...wür ich nur hier das eben Tor aufmachen, wenn es klappt. Und... ...ja, eigentlich großartig viel mehr, ne? Tor aufmachen. Naja, sonst wäre ich gerne hier, ne? Ah, die müssen ja alle schon dermaßen tot sein. So, weil da haben wir auch ein Lagerfeuerchen. Wir sind hier in Unterfeld. Stopp mal, in Unterfeld? Den Parkplatz. Irgendwas mit hier. Krämerchen. Wenn wir schon mal hier in der Nähe sind, ne? Da fällt mir nämlich was ein, weil wir müssen ja diesen Hinweis da noch finden bei Unterfeld, ne? Also was heißt, die sind unter... Also die Schild lesen, glaube ich, dass alle Parkplätze oder alle umorientiert worden sind. Wir gehen hier auch mal kurz ran. Einfach nur wegen, äh... Ich will nicht nochmal laden. Laden. Kämpfer, Tierfreund, Bauer. Baumeister, Plünderer. Ja, vielleicht Plünderer. Vielleicht kriegen wir den wirklich ein bisschen mehr. So. Unterfeld war ja jetzt hier. Da brauchen wir... Ja, hier einmal außenrum. Und Hackenjahrs. Okay, mal, da haben wir noch nie geangelt. Naja, dann machen wir das noch schnell weg. Weil einfach die... Die ist mit den... Ja, haben wir sogar ausgewählt noch. Die ist mit den Angeln. Das ist einfach den Fisch. Ja. Fisch tut einem nichts. Fisch ist immer nett. Ein schönes, sauberes Teil. Und, äh... Mir persönlich schmeckt Fisch. Weiß nicht, bei euch so. Ne, es gibt ja viele, die nicht so gerne Fisch essen. Oder überhaupt ja nicht. Die das völlig widerlich finden. Ich mag es. Aber bei mir ist das auch einfach in der Welt. Weil es gibt nichts, was ich nicht esse. Ich esse alles. Also ob jetzt Fisch, Calamaris, Steak, Pflanzen, Grünkohl, Spinat. Scheißegal. Ja, Rosenkohl, alles. Und alles sehr, sehr gerne. Achso, Obst oder Gemüse. Das zwängen wir alle da rein. Also das ist eben alles leckere Nahrung. Und ich bin auch dankbar. Da deckt das halt so gerne, gerne esse. So ein Schild lesen. So, hier ist kein Schild. Okay, wir suchen weiter. Wir müssen da nach oben. Äh, schon mal. Ein Schild lesen, wo das draufsteht. Aha, aha, aha. Ein Schild lesen. Also wir müssen hier ja durch, ne? Zack, 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 zack. So, steht hier ein Schild. Hier. Achtung, Aluna, Fahrzeugekosten des Besitzers. Finch, Schrottplatz. Finch, Schrottplatz. Da, nach oben. Ja, dann gehen wir da mal hin. Ich will ja die Quest noch mal fertig machen, ne? Also da kenne ich ja... Ach, ja stimmt. Wo war hier der komische Eingang? Irgendwo an der Seite, glaube ich. Ja. Okay. Muss ich jetzt hier ein Auto suchen noch? Mhm, mhm. Was, was, was? Wo wirkt denn jetzt hin hier? Da steht jetzt hier drin, irgendwo? Ah, ah, ah. Orangenfarbenen Transporter. Okay, orangefarben. Transporter orangefarben. Das ist eigentlich hier hinten, irgendwo da hinten. Ja, ja, ja. Katana. Okay. Habe ich jetzt eine neue Waffe? Echt jetzt so? Wenn du wärst ja gruselig. Echt jetzt so? Ein Kartan? Lass mal aufrüsten. Also die Machete, ich sag mal so Axt, ne? 80 Schaden, ne? Aber der Katana würde ja nicht viel Schaden machen, oder? Also ich bin mal gespannt hier. Nochmal 16 Titan. Aber es macht ja nicht viel Schaden. Kampfschaden zusätzlich, Nachkampfziele plus 3. Oh, also heißt, wenn ich... Oh, Katana ist natürlich dann richtig, richtig geil. Wenn wir, ähm... Wenn wir Obelisten machen. Also das müssen wir uns merken. Obelisten, Katana. Okay, gut, all klar. So. Wir sind zwar in der Nähe von einer Farm. Aber kommen da gar nicht ran. Ne. Also heißt, wir machen... Gut, wenn wir hier runter könnten. Aber wir haben auch hier noch einen Bauernhof. Wir haben überall einen Bauernhof. Ja, ich würde gerne Bauernhof... Äh... Das war gruselig gerade. So, hier hinten geht's raus. Ich würde gerne zum Bauernhof eigentlich... Oh. Warum nur einer? Oh. Warum nur einer? Ich würde gern mehr haben. Wir müssen echt mehr durch die Wälder irgendwie nochmal durch. Um den ganzen Schrott zu sammeln. Kann das? Hier ist noch ein Ausgang. Nee, da ist noch... So, und jetzt muss ich ja... Hier kamen wir ja auch nicht weiter. Weil hier zu ist. Aber warum? Weiß ich auch nicht mehr. Oder ist da eine Gasmaske? Ach, wir gucken da mal schnell. Ich muss ja nochmal... Was ist mit dir los? Bis auf den Knacks oder was? Naja. Bäh. Komischer Vollhaus. Wir gehen hier oben nochmal... Ach, wir kommen da gar nicht hin. Weil wir... Weil wir... Nichts zerhauen können. Nö. Nö, gar nicht. Schade eigentlich. Gut. Nächstes Thema erledigt. Warum wir da nicht oben hin können. Oh, hier sind Kisten. Oh, na Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Was ist da hinter der Tür? Ach, können wir angeln? Dann machen wir das noch, ne? Dann angele ich mir hier noch einen weg. Ich gehe dann zum Bauernhof. Ich glaube, das mache ich ein bisschen alleine. Die ganzen Bauernhöfe durch da. Bumsen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Und Tschüssikowski, ne? Bis dann. Ciao.